Deswegen hat TomTender auch so viel in Nintendo wie es für sich. Ja, weil der nur das machen darf. Lächerlich von Nintendo, ganz ehrlich. Nö, ist eigentlich schon richtig so. Damit sie das hier verbreitet. Na ja. Guck mal, ich kau... Also jetzt mal auch eine Scheiß, ich kaufe mir nur... Also die Konsole, wo halt das neue Zelda drauf funktioniert. Entweder die NX oder die Wii U. Nur damit ich Zelda World of War... äh, Wolf of War zocken kann. Hm. Einfach Zelda... Zelda ist einfach geil. Schöne mir die neue NX-9. Oh nein, das Geräusch. Welches? Äh, grillen. Was da. Ich glaube, wir haben halt so ein Gebiet erwischt, wo keine Grinnen sind. Also ein freies Grinnen-Gebiet. Bam. Bam. Bams, bams, ouch. Äh, Matsch. Beim laufigen, ohne Essen los. Ich bin echt der Held. Ja, im Dschungelfeld. Wie ein Jahrs. Ach da. Mais habe ich noch viel bei mir. Da hast du auch nicht viel von. Hm? Da hast du auch nicht viel von, wenn du Mais noch hast. Mais ist scheiß. Ja. Ja. Das hat schon ein abgehacktes Gebiet hier. Aber mit einmal habe ich irgendwie keine... ...Suppen mehr. Also keine Salate mehr. Da frisst du halt die ganzen... Da sind noch so viele. Frisst du halt die ganzen Scheiße weg? Hm? Frisst du halt die ganzen Kacke mal weg? Ja. Habe ich auch. Auch. Was ist das? Ah, das ist Redwood. Redwood. Da bin ich. Okay. Wow. Hier ist noch ein Schlot aus diesem blauen Stein. Ja. War komplett. Ah, da unten sind irgendwelche komischen Palmen. Da. Dimm, 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 dimm. Ja, wieder Kacke aus. Die leckt's gleich mal hier hin. Komm, ich den Scheiß geben. So Kacke wie du. Oh, yo, 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 Riesenbäume. Komm, man, wachst man ruhig weiter. Leckt ja auch nicht. Mhm. Pech. Halb abgehackter Berg hier. Ja, so wie immer noch. Was, 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 was hast du die Kawa-Fan? Ach ja, wo ist das? Was ist denn hier los? Okay. Keine Ahnung, was das da in das Gebiet. Heiße. Räumchen. Ja. Komische Leaves, die echt kack aussehen. Hast du in den Spiegel geguckt, ne? Mhm. Vielleicht hast du auf jeden in den Spiegel geguckt. Dann dachte ich so, oh, datenhyper, hübscher Mensch. Hm? Datenhyper Mensch. Der sieht so sexy aus. Ist sowieso geil. Hab ich auch. Ne, hast du nicht. Klar. Nein. Doch. Nein. Doch. Ach du nicht. Doch. Dschungel-Leaves. So, ist hier ein Dschungelbaum hinter? Hallo, dummes Pferd. Oh, das ist gut. Du hast Dschungel-Leaves gefunden. Mhm. Ne Sense. So, das heißt, ich hab ein Dschungel-Shapling. Ja. Ja. Ich hab ja auch Dschungel-Wood gefunden. Bock. 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 Ja, da kann man den Dschungelbaum anbauen. Mhm. Irgendwo. Guck mal, wer das Zeug dann rauskriegen. Ja, ich hab jetzt 14 Stück schon raus. Mit der Sinne. Okay. Hier ist Cock-Pock. Ja. Cock. 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 Cock-Pock. Die Daumen sind Pferdschirns. Auch geil, da steht Oak-Septnal-Dschungel-Wood. Was kriegt man raus? Normaler Oak-Septnal-Dschungel-Wood. Und der Wood. Und der Wood. Weil der Wood ist in der Wood. Okay, hier bin ich. Also irgendwie ist der Atlas ein bisschen verpackt, finde ich. Findest du? Mhm. Da Mario die nicht von haben wollte. Weil sagt ja, da hinten ist ein Village-Dorf, das ist ja nicht da. Voll der Held im Apple-Feld. Ja, ist halt so, ne? Ich hab jetzt doch den Marble gefunden. Wey. Den ich vorhin verwenden wollte eigentlich schon. Pils-Bioma. Yeah. Pils-Kopf. 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 Äh, scheiß'n Pils-Kopf. Oh, da kommt irgendwas angeflogen, bestimmt Orkse-Plinge. Ja. Da auch. Da auch. Da auch. Um nicht ganz durch die Bäume zu schlendern. Hacke ich einfach mit der Sichel alles ab und hol mir auf die Setzlinge. Ja, was denn? Ich bin ein forder Mensch. Du hast doch Langeweile. Oh, mein Metall ist voll. Wie kommt das denn? Ja. Keine Ahnung. Werde ich heute gut bist? Nee. Ah, 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 ah. Voll ich ein Gauermensch bin. Oh jeeeey. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, ja. Bitch, cool. Vielleicht hat einen an der Schaden auch. Vor allem einer an der Schaden. Einer an der Schaden, genau. Einer an der Marmel. Der hat einen Knall, 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 rotes Gombi-Bot. Warte mal, die muss ich mal abschlagen. Was denn hier? Hast du ein Bälle? Dorian. Das sieht voll komisch aus. Alles wird dunkel. Ja, kannst ja. Dorian. Egal, das ist eine komische neue Frucht für einen komischen neuen Baum. Egal, mitnehmen. Wieder zuhause oder was? Nee. Ich bin immer noch unterwegs. Okay, dann leg ich mir mal schlafen. Ich habe ein Bett dabei. Gut. Ja, das habe ich ja nicht, aber es reicht ja, wenn einer eins mit hat. Ja. Sei froh, dass ich eins dabei habe. Ach. Brauche ich doch nicht froh sein. Wusste ich schon. Doch. Wusstest du gar nicht. Doch. Nein. Doch. Glück, na. Nee. Doch. Mann. Mann. Ja. Du weißt, wenn ich den Rückweg, weil ich hätte einen Atlas habe. Ah nee, stimmt gar nicht. Du hast. Weil er warst. Ja, ist ja gut. Du bist voll verplant. Ja, ich bin immer verplant. Ich bin voll verwirrt. Weil wir immer. Die, 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 die. Die, 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 die. 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 Pferde zu züchten. Ja. Gab's nicht irgendwie so einen Packesel und so Pegasusse? Pegasusse. Ist das eigentlich die Merzah? Von Pegasusse? Ja. Oder heißt das Pega Auguste? Ach ja. Was ist die Merzah von Pegasus? Bestimmt Pegasus. 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 Ob du das wusstest. Es wird keine Merzah. Weißt du doch nicht. Ach, aber nicht. Ähm. Da bin ich. Quatsch. Mal sitzen mit dem Marker da. Mabeel. Caps. Mabeel. Wie hast du das geschrieben? Mabeel. 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 Bisschen von dem Mabeelkopf. könnte mal so ein wildschiff auftauchen irgendwo könnte ich mal was östbares sehen hier ist auch noch so eine blutschissel höhle ja ja dieses blauen kackstein blutverstanden blutschissel blau blau gut dass ich ein fernister war ja jetzt auf ein weg dass ich finde nicht unterwegs verhungere nicht zehn milliarden verschiedene blumen wegfliegen wenn die so komischen weißen an dem mond sind das glaube ich die mir jetzt hat ins gesicht fliegen oder ja algen gehen wollen die ins gesicht haben er mit glaube ich ein stack davon euer ernst centus ja sagen dann hätte es hat sich gerade irgendwie komisch angehört zu halle ich so als ob du weg gehen würde es meinst du so ja das machst du ja das mache ich du bist sozial meinst du dann ich bin ein loch eingefallen ich bin ein loch eingefallen ein loch eingefallen ein loch ein loch eingelogt ich bin golfer ich hab's eingelogt genau hier ist die höchste genau richtig gewesen tiny cactus aha okay so kann man das nicht abbauen auch nicht kann man tiny cactus nicht abbauen klar der faust nö hau doch den sand oder weg okay was wo ist ein villager der ruf ach desert garden ich hab was gefunden in die früchte wüstenfrüchte ja welche und ähm ich weiß nicht überhaupt ähm kaktusfrüchte ja nur kaktusfrüchte ja 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 haben wir doch schon ja ja sicher keine ahnung hast du noch nicht angepflanzt hallo liebes pferd ja genau also das zeug soll halt in der wüste wachsen ach das andere liebes pferd gibst du mir ein bisschen fleisch mach mal vielleicht hilft das wenn ich das texter geändert habe ich das sonst nicht das pferd wollte mir auf jeden fall kein essen geben na lass mal weiter in die richtung oi 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 soll er halt in der wüste wachsen wächst auch in der wüste dein kopf auch auaaj nein mein kopf nicht hab ja also ne kleine wüste gefunden vielleicht möchte ich einfach nicht wachsen bei dir und jetzt sehe ich hier gar nichts kinder zieht okay can the light is the buttons was night candlelight oh kandle schweinchen schweinchen auch mehr schweinchen gibt mir saftiges tost aber ich zu laut hashtag mit leid der wassermelow gefunden